2011 startete die Serie Berlin Tag und Nacht bei RTL 2. Seitdem sind viele Rollen und ihre Darsteller gekommen und gegangen. Die WG mitten in der deutschen Hauptstadt wurde für viele Darsteller ein Sprungbrett im Showbusiness. Einige konnten sich durch ihr Engagement in der Serie einen Namen in der Social Media Welt machen. Doch was macht eigentlich Schauspielerin Sina Minou heute? Die Darstellerin der Rolle Caroline Caro Andersson war von 2012 bis 2016 Teil der Daily Soap. Als Halbschwester von Marie und Felix entwickelte sich Caro schnell zum Fanliebling der Serie. Die Schauspielerin Sina Minou ist genauso wie ihre TV-Rolle als Tätowiererin in Berlin tätig. Nebenbei modelt die ehemalige BTN-Darstellerin auch noch. Dabei zeigt sie sich in verschiedenen Looks auf ihrer Instagram-Seite. Sei es mit Rasterlocken, blonden langen Haaren oder Sidecut. Was dabei jedoch immer bleibt, sind ihre vielen Tattoos an ihrem Körper. Ihre Instagram-Seite nutzt Sina zusätzlich, um ihre neuesten Tintenkunstwerke ihren Followern zu präsentieren. Schrauben Sie nicht mehr, schrauben Sie sehen. Sie unterschieden hier, um ihre richtigenuais zu antigen. Und dadurch, was das hier auch immer noch in dem Video wieder ninety-Aus. Die Sinawacher wird unser Schauspielerin. Hier ist alles um die Geschreiheit. Vielen Dank.